Hey, deine Nichte hat ziemlich viele Zuschauer. Wahrscheinlich alles perverse und hohle Teenies. Die brauchen Nachhilfe zum Thema Internetsicherheit. Keine Sorge, wir erschrecken deine Nichte ein bisschen. Hey Leute, hier ist Cindy, aka Danceboo01. Und das hier ist für John Boy 415. Oh! Jimmy! Bleib aus meinem Zimmer, Jimmy! Als man da im Hut rein will. Ach, lepp mich, das ist deine Kackmusik. So hört sich richtige Musik an, du Loser. Mom! Jimmy zerstellt meine Musik! Ah, Jimmy, ich weiß, dass du das bist. Rappe, ich mach meine Kranzel. Ah, das ist echt das Letzte. Diese Scheißmusik, ich hasse diese Musik. Wie soll ich zu seinem Mist denn tanzen? John Boy hört nur gute Musik, nicht diesen blöden Scream of Bullshit. Das ist echt das Allerletzte.